Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Optionssprechstunde. In diesem Format spreche ich wie immer mit meinem Kollegen Thorsten Eberhardt vom Blog Options for Winners. Er hat ja auch einen tollen YouTube-Kanal und wir finden uns ja hier in regelmäßigen Abständen zusammen, um über Themen wie Aktien, Börse und speziell den Optionshandel zu sprechen. Und heute schicken wir mal einen armen Mann auf Reisen nach Afrika oder mindestens in den Zoo. Wir sprechen heute über Aktien, Ersatzstrategien. Was dahinter steckt, klären wir gleich nach dem Intro. Herzlich willkommen in der Optionssprechstunde. In diesem Podcast geht es um Börse, Aktien und speziell um den Optionshandel. Deine Gastgeber sind Thorsten von Options for Winners und Vincent von Freaky Finance. Hallo und herzlich willkommen auch an dich, Thorsten. Schön, dass du wieder dabei bist. Wie geht es dir heute? Hallo, lieber Vincent. Ja, natürlich geht es mir gut und deshalb natürlich auch, weil ich mich wieder mal freue, mich mit dir über Optionsstrategien zu unterhalten. Wunderbar, Thorsten. Bevor wir in das eben angeteaserte Thema reingehen, noch einmal für unsere Zuhörer der Hinweis am 7. April. Das ist ein Sonntag. Um 18 Uhr planen wir ja einen Livestream auf YouTube. Wir gehen nämlich mit dieser Folge, die wir jetzt hier gerade einsprechen, in eine sogenannte Staffelpause. Die erste Staffel unserer Optionssprechstunde ist dann damit abgeschlossen sozusagen. Und in dieser Staffelpause, zum Abschluss der ersten Staffel, möchten wir mit unseren Zuhörern einmal zusammenkommen in diesem Livestream auf YouTube. Und was haben wir da vor? Also, wir wünschen uns natürlich einmal so ein bisschen Feedback von euch Zuhörern, was den Content, was unser Format hier, was die Optionssprechstunde angeht. Ja, dass ihr vielleicht einmal uns da ein bisschen Feedback gebt, wie ihr das fandet. Und natürlich auch nehmen wir gerne Themenwünsche für die zweite Staffel dann entgegen. Und außerdem würden wir eure Fragen zu Aktien, Börse und Optionen dann versuchen zu beantworten. Livestream auf YouTube heißt einfach, dass wir quasi live auf Sendung sind. Thorsten und ich sind dann in Bild und Ton zu sehen. Und ihr als Zuhörer, in dem Fall dann auch Zuschauer, könnt euch dann per Chat mit Eingebungen beteiligen. Also sprich, dieses von uns gewünschte Feedback und eure Fragen und so weiter und Themenwünsche für die nächste Staffel, die könnt ihr dann einfach per Chatfunktion dort mit einstreuen. Und so kommen wir da in den Austausch. Ja, und ich denke, das ist eine runde Sache. Wir haben was davon, wir bekommen Feedback, wir bekommen Themenwünsche. Ihr habt was davon, ihr bekommt gegebenenfalls eure Fragen von uns beantwortet. Und natürlich, wenn ihr Themenwünsche habt und wir das Thema dann aufnehmen, dann ist das ja auch für euch eine schöne Sache, dass dann diese Themen in der Zukunft besprochen werden. Thorsten, hast du dazu noch ein Wort zu verlieren über unseren geplanten Livestream, bevor wir ins Thema reingehen? Ja, definitiv. Livestream ist natürlich jetzt wirklich eine Möglichkeit, sich auch mit uns dann natürlich zu kommunizieren. Sollte man nutzen und wir, Vincent und ich, ich spreche mal einfach für dich mit. Wir freuen uns natürlich auf eine sehr rege Anteilnahme. Ganz genau. Also 7. April, 18 Uhr, Livestream auf YouTube. Wird dann wahrscheinlich über unsere beiden YouTube-Kanäle irgendwie laufen. Ein Link dafür wird natürlich rechtzeitig kommuniziert, sodass ihr dann schon wisst, wie ihr da dann auch einsteigen könnt. Kommen wir zum heutigen Thema. Wir haben es gesagt, Aktienersatzstrategien im Wesentlichen wollen wir da zwei Möglichkeiten ansprechen. Das ist zum einen der Pullman's Covered Call, deswegen diese Anspielung auf den armen Mann, den ich genannt habe, und die sogenannte Zebra-Strategie und deswegen eben der kleine Ausflug in die afrikanische Steppe beziehungsweise in den Zoo. Thorsten, mit welcher sollen wir dann mal anfangen? Ja, ich denke, den meisten ist schon die Pullman's Covered Call-Strategie eher bekannt. Von daher würde ich auch sagen, dass wir da mit anfangen. Alles klar, dann übernehme ich gerne mal. Und zwar in diesem ganzen Oberbegriff Pullman's Covered Call. Da drin steckt ja schon auch ein Stück weit dieser Begriff des Covered Calls. Dazu haben wir ja schon mal eine ganz eigene Folge gemacht. Wer da tiefer einsteigen will, der kann sich natürlich sehr gerne nochmal unsere Folge der Covered Call, eine weitere einfache Einsteigerstrategie, haben wir das Ganze genannt, vom 31.01. dieses Jahres anhören. Die Kurzfassung vielleicht nochmal jetzt, um da den Einstieg zu kriegen, wäre halt eben, dass man mindestens 100 Anteile eines Underlyings besitzen muss, um einen Covered Call verkaufen zu können. Denn Covered heißt ja in diesem Fall gedeckt. Und gedeckt ist dieser verkaufte Call dann, wenn man eben im Besitz dessen ist, was man im Zweifelsfall abgeben muss. Denn das müssen wir uns an dieser Stelle ja auch nochmal bewusst machen. Mit dem Verkauf eines Calls verpflichte ich mich, das Underlying für den Strikepreis abzugeben, wenn dieser Strike am Laufzeitende erreicht oder überschritten wird. Das war jetzt nochmal im Schweinsgalopp sozusagen das ganze Covered Call Thema. Und jetzt wollen wir ja nochmal gucken, was das jetzt mit diesem Pullman's Covered Call auf sich hat. Aktienersatzstrategie. Da kommt man dann ja vielleicht schon dahinter. Aber machen wir einfach mal ein Beispiel. Ich habe mir überlegt, wir nehmen mal die Kimberley-Clark-Aktie. Die kostet aktuell roundabout 125 US-Dollar, wenn wir sie am Markt kaufen. Für 100 Stück hätte ich also einen entsprechenden Kapitalbedarf von 12.500. Warum 100 Stück? Weil wenn ich im Anschluss einen Covered Call darauf verkaufen möchte, dann muss ich ja eben auch immer mindestens pro Kontrakt dann diese 100 Aktien vorhalten, damit es dann wirklich gedeckt ist. Für einen armen Mann ist jetzt, also ich sage mal armer Mann in Anführungsstrichen, also jemanden, der ein vielleicht etwas kleineres Depot hat, ist das wahrscheinlich zu viel, diese 12.500 Dollar auf den Tisch zu legen. Und deswegen haben wir hier die Möglichkeit, auf diese Pullman's Covered Call-Strategie auszuweichen. Hier kaufen wir nämlich zunächst erstmal einen weit im Geld liegenden Call mit einer längeren Laufzeit. Weit im Geld kann zum Beispiel in unserem konkreten Beispiel jetzt heißen, wo die Aktie gerade bei 125 Dollar notiert, dass wir hier zum Beispiel einen Strike bei 105 US-Dollar wählen. Lange Laufzeit habe ich gesagt, das kann bedeuten zum Beispiel für unser konkretes Beispiel, jetzt nehmen wir mal die Laufzeit bis Januar 2025. Das sind von heute, wo wir diese Folge hier aufnehmen, betrachtet 308 Tage. Also, ja, ich sage mal, ein bisschen weniger als ein Jahr, aber eben schon deutlich länger, als wir das jetzt zum Beispiel von typischen Stillhaltergeschäften kennen. Ich habe mal nachgeschaut, dieser Call kostet aktuell etwa 2.300 US-Dollar. So, und jetzt sehen wir hier schon, dass wir hier eine Differenz von über 10.000 US-Dollar haben, im Gegensatz zu diesem reinen Aktienkauf, der ja die normale Grundlage wäre für ein Covered Call, dass wir eben 100 Aktien kaufen. Ich habe es schon gesagt, kostet um und bei 12.500 US-Dollar. Und diese Ersatzvariante jetzt über diesen länger laufenden, tief im Geld liegenden Call, Long Call, die kostet nur 2.300, also sprich, wir haben einen deutlich reduzierten Kapitalbedarf, im Gegensatz zu dem reinen Aktienkauf. Übrigens reduziert sich auch die Marginanforderung des Brokers dann. Und das ist jetzt dann im Prinzip der wesentliche Vorteil dieser Aktienersatzstrategie, dass wir statt mit der Aktie selber eben mit diesem Long Call arbeiten. Dazu kommt jetzt, um das zu kompletieren, natürlich noch die Komponente des Short Calls. Dieser hat dann eben eine kürzere Laufzeit, beispielsweise die eines typischen Stillhaltergeschäfts, wie wir das ja schon öfter auch besprochen haben. 30 bis 60 Tage wäre jetzt hier was, was man üblicherweise hier handeln könnte. Und da liegt der Strike im Normalfall denn oberhalb des aktuellen Kurses. Auf unser Beispiel bezogen jetzt nochmal wieder, könnten wir hier einen 130er Call mit 63 Tagen Laufzeit, das würde jetzt dann eben dem 17. Mai entsprechen. Das bringt uns aktuell etwa 200 US-Dollar Prämie. Ja, das ist im Prinzip dann der Aufbau des Poor Man Covered Calls. Also statt der Aktien haben wir hier diesen Long Call und dann eben den Short Call dagegen mit einer kürzeren Laufzeit, für den wir dann eine Prämie bekommen. Kapitalbedarf ist geringer, Marginanforderungen ist geringer. Das sind dann so die wesentlichen Vorteile. Ich denke, das ist dann auch damit klar geworden, wo die Vorteile liegen. Wo es Vorteile gibt, gibt es ja dann meistens leider auch gewisse Nachteile. Die sollten wir vielleicht eben auch ansprechen, um hier wirklich ein rundes Bild zu bekommen. Die Idee ist ja erstmal eine prima Sache, aber das Bild wird wahrscheinlich etwas runder, wenn wir eben auch nochmal ganz kurz schauen, was könnten dann hier Nachteile des Poor Man Covered Calls sein. Ja, also im Gegensatz zu den Aktien partizipiere ich nun nicht ganz eins zu eins von einem Kursanstieg. In unserem Beispiel mit Delta 86, das hatte ich nachgeschaut. Ja, also wirklich diese Option gibt es dann so. Diesen Long Call mit den 308 Tagen Laufzeit, der jetzt 2300 Dollar kostet, der liegt so bei Delta 86. Das heißt, für jeden Dollar Kursanstieg im Underlying verdienen wir nur 86 Cent. Also das ist schon mal ein kleiner Abschlag, aber jetzt noch nicht so der Showstopper. Dann müssten wir uns überlegen, bei einer hohen Wohler zum Beispiel ist natürlich ein gekaufter Call ziemlich teuer oder kann ziemlich teuer werden. Das heißt, oft kommt sowas vielleicht nur in Frage, das aufzusetzen, wenn die Wohler relativ gesehen niedrig ist. Das heißt, man kann das vielleicht nicht immer dann, wenn man es gerne möchte, umsetzen, zumindest nicht so günstig. Dann haben wir natürlich ein allgemeines Problem bei Long Option. Hier wirkt der Zeitwertverfall, der ja bei diesen typischen Stillhaltergeschäften, die wir im Allgemeinen favorisieren, wo wir schon oft drüber gesprochen haben, der Zeitwertverfall bei Long Option arbeitet aber im Prinzip immer gegen uns. Das heißt, hier haben wir mit zunehmender Laufzeit wird das Ganze automatisch dann immer gegen uns laufen. Deswegen haben wir ja auch initial eine recht lange Laufzeit gewählt, um diesen Effekt etwas abzumildern. Aber ganz weg kriegen wir den natürlich nicht. Das heißt, wir haben also einen Zeitwertverfall in der Long Option, in dem Long Call, der tendenziell erstmal auch über die Zeit immer gegen uns arbeitet. Dann haben wir als Halter, also ich bin ja ein großer Dividendenfreund. Deswegen habe ich jetzt hier natürlich auch mit Absicht eine, ja ich sage mal in Anführungsstrichen, eine Dividendenaktie gewählt. Kimberly Clark, die kommt aktuell mit einer Dividendenrendite von 3,8 Prozent daher. Also für mich als Dividendeninvestor durchaus attraktiv. Was habe ich jetzt aber, wenn ich statt der 100 Aktien einen Long Call handele, komme ich natürlich keine Dividende. Das wäre jetzt vielleicht auch noch als einen kleinen Nachteil zu sehen, denn je nach Aktie kann das ja halt eben auch ein nennenswerter Betrag sein über die Laufzeit. Wir haben ja gesagt, wir nehmen auch eine längere Laufzeit, also bis zu einem Jahr. Und wenn man so eine Kimberly Clark auf ein Jahr betrachtet, dann wären das auch schon aktuell, nach aktuellem Stand, 476 US-Dollar, die wir hier an Dividende nicht erhalten. Also das gilt es auch zu beachten, wer hier ein bisschen auch ein Auge auf die Dividende hat, der ist natürlich mit einer Aktienersatzstrategie dann vielleicht an der Stelle zumindest nicht befriedigt, weil es einfach keine Dividende gibt. Dafür können wir eben immer wieder sozusagen, weil wir haben ja dann in dem Short Call etwas kürzere Laufzeiten, 30, 40, 60 Tage, können wir im Prinzip alle zwei Monate, wenn dem dann so ist, wenn man das weiterverfolgt, dann diese Prämie für den Short Call natürlich vereinnahmen. Ist auch nicht zu verachten, aber die Dividenden haben wir nicht. Thorsten, habe ich noch was vergessen? Du kannst das bestimmt noch sehr, sehr gut ergänzen aus deiner Erfahrung, aus deinen Überlegungen. Was gibt es noch zu sagen zum Pullman's Covered Call? Ja, eine sehr ausführliche Darstellung von Pullman's Covered Call, die du jetzt hier gegeben hast. Dennoch, vielleicht gehe ich auf die ein oder anderen Punkte nochmal ein. Das mit der Dividende ist definitiv etwas, was man sich überlegen sollte. Wir wissen ja auch, dass die Optionspreise sich auch davon natürlich beeinflussen lassen. Ich will damit sagen, wenn man natürlich Dividendenjäger ist, dann wäre es natürlich die logische Konsequenz, dass man in Aktien direkt und nicht in diesen Long Call investiert. Der Charme dieser Pullman's Covered Call Strategie zeigt ja schon der Name armer Mann, sprich man braucht weniger Geld. Es ist eine synthetische Alternative zu diesem Covered Call. Man geht sozusagen anstelle der Aktien mit einem Long Call ins Rennen. Das, was du auch gesagt hast und da möchte ich auch immer wieder darauf hinweisen, ist die Volatilität, weil die Volatilität kann uns natürlich auch zugute kommen. Wir wissen einst, dass wenn der Markt bullisch ist, das heißt, wenn wir aufwärts gerichteten Markt haben, dass dann häufig auch die Volatilität darunter leidet. Darunter leidet heißt, dass man eine niedrigere Volatilität hat. Wenn wir jetzt Käufer einer Option sind, ist natürlich eine niedrige Volatilität aus zweierlei Gründen für uns doch sehr willkommen. Auf der einen Seite Volatilität bestimmt Preis, sprich wir bezahlen weniger. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wir wollen ja günstig kaufen und teuer verkaufen, sprich wir profitieren, wenn die Volatilität steigt. Du hast es eben auch schön beschrieben, es ist eine Aktienersatzstrategie. Ja, aber. Aber deshalb, wir kennen die Griechen, ein wesentlicher Grieche dabei ist das Delta. Das Delta gibt uns ja an, wie viel wir schlussendlich von dem Anerleihen partizipieren. Wenn wir jetzt einen Long Call tief im Geld haben, haben wir ein höheres Delta, partizipieren sozusagen dann natürlich auch mehr von der Entwicklung des Anerleihens. Aber es ist eine Covered Call Strategie, heißt, wir haben natürlich noch eine verkaufte Call und eine verkaufte Call mindert ja auch das Delta der gekauften Call. Sprich, genettet sind wir dann natürlich wieder weiter weg von einem Delta 100. Delta 100 heißt ja, eins zu eins vom Anerleihen partizipieren. Das wäre ja dann die wirkliche Aktienersatzstrategie, deshalb gleich auch die Überleitung zur Zebra-Strategie. Nichtsdestotrotz, wir müssen folgendes mitnehmen. Wenn wir jetzt nicht auf Dividendentitel traden, wenn wir jetzt auch in einem Niedrig-Wohler-Umfeld traden, haben wir einfach den Vorteil, wenn der Markt jetzt nach unten geht, dass wir nicht so nach unten gezogen werden, wie bei einem Aktieninvestment. Ja, also auf der einen Seite, wir profitieren oben wirklich schön, wenn es aufwärts geht, nach unten aber weniger deutlich, weil wenn der Markt fällt, steigt die Wohler, kommt uns wirklich zugute. Also, long story short, eine gute Geschichte, weniger Investment, mehr Hebel, low Wohler, also niedriges Wohler-Umfeld, sehr willkommen und last but not least, Obacht bei der Dividende. Das jetzt nochmal kurzes Fazit zu der Burmans Covered Call Strategie, als Alternative zu einer Covered Call Strategie, als Ersatzstrategie. Super, Thorsten, ja, danke. Bevor wir in den Zoo zu den Zebras gehen, nochmal ganz kurz, das ergibt sich aus dem, was du zum Schluss eben auch noch gesagt hast, finde ich auch vielleicht einen ganz guten Hinweis nochmal. Wir haben ja auch insgesamt dadurch, also klar, wir haben diesen niedrigeren Kapitalbedarf, aber wir haben ja auch ein viel geringeres Verlustrisiko im Gegensatz zu 100 Aktien. Wenn wir 12.500 Dollar hinlegen und es ist natürlich eine Frage, wie wahrscheinlich das ist, aber die Kimberly-Clark geht in Richtung Insolvenz, der Aktienkurs geht irgendwo gegen Null, haben wir natürlich ein viel höheres Einsatzkapital, was da flöten gehen kann, als diese 2.300 Dollar, die wir für den Long Call auf den Tisch gelegt haben. Dagegen haben wir dann ja sogar noch da die 200 Dollar aus dem Short. Gut, die hätten wir wahrscheinlich auch, wenn wir 100 Aktien haben, weil den Short Call handeln wir ja eh. Aber ich glaube, ist klar geworden, was ich meine. Wir haben natürlich ein viel geringeres Totalverlustrisiko, weil wir ja auch viel weniger Geld einsetzen, kann hier am Ende auch viel weniger flöten gehen. Sollte es wirklich mal mit einer solchen Aktie komplett gegen die Wand gehen, haben wir hier weniger, was auf dem Spiel steht. Definitiv. Was man aber auch nochmal vielleicht hier ein wenig hergeben muss, dass wir versuchen, die Optionsmechanik zu unserem Vorteil zu nutzen. Wir nehmen eine länger laufende Option für die Long Call. Das heißt, da haben wir auch ein höheres Wege. Profitieren mehr von einem Wohleranstieg. Erstens. Zweitens. Wir sagen auch, wir haben den Zeitwertverfall. Der Zeitwertverfall ist aber bei 90 Tage und kleiner wirklich spürbar. Deshalb halt auch nochmal die länger laufende Option für den Long Call. Und auf der anderen Seite sagen wir auch, die verkaufte Call, die machen wir ja kürzer. Und die machen wir jetzt nicht kürzer, weil wir ungeduldig sind, sondern weil wir hier natürlich die Vorteile des Verkäufers nutzen wollen, die wir eben als Nachteile des Käufers da deklariert haben. Und das ist dieses schöne Zusammenspiel des diagonalen Call Spreads. So wird das ja auch genannt. Also das ist schon eine tolle Geschichte. Im Management kann man da ganz, ganz viel machen. Man weiß ja, dass man auch, wenn der Markt mal sich gegen einen entwickelt, dass man Verluste macht. Aber auch hier kann man managen. Ja, man muss ja, wenn man jetzt beispielsweise der Kurs fällt, nicht sofort alle schließen, sondern man kann natürlich dann auch die verkaufte Call vielleicht ein bisschen anders setzen. Gerade dann gucken, wie die Optionsmechanik ist. Das ist aber auch schon Next Level. Ich will jetzt auch gar nicht mehr so lange darauf gehen. Ich bin nämlich jetzt schon so ein bisschen wuschig auf die Zebra-Strategie. Ja, und da gehen wir jetzt rein. Und das hat jetzt wirklich nichts. Ich meine, ich fand dein Intro klasse. Aber das hat jetzt weder was mit Afrika noch was mit Tieren zu tun. Ja, die Zusammensetzung des Namens hat natürlich eine ganz andere Bedeutung, nämlich Zero Extrinsic Value Back Ratio Spread. Sprich, wir haben hier einen Back Ratio Spread und das ist wirklich schon eine kleine Kunst im Optionshandel. Und wie geht das hier? Wir haben ja eben gesagt, Aktienersatzstrategie bedeutet ja, wir wollen genau das gleiche Spiel wie bei den Aktien haben. Und um das gleiche Spiel bei den Aktien zu schaffen, brauchen wir ein hohes Delta. Ich habe es eben noch mal gesagt, bei der Furman's Covered Call Strategie so richtig hohes Delta haben wir. Ja, aber nicht ganz. Und bei dieser Zero Extrinsic Strategie, also bei dieser Zebra Stock Replacement Strategy, da gehen wir wirklich auf ein Delta von 100, so dass wir wirklich dieses ganze Upside Profit Potential, dieser ganze Aufwärtspotenziale eins zu eins mit der Zero Extrinsic Replacement Strategie hier wirklich schaffen. Und eben schon gesagt, Back Ratio Spread, für alle, die sich damit nicht auskennen, wahrscheinlich kommen, geh weg von mir, ja, will ich gar nichts mit zu tun haben. Doch, das ist wirklich was Feines. Wir machen nämlich wie folgt. Erstens, wir haben drei Lacks, drei Optionen. Zweitens, alle gleiche Laufzeit, also nicht so wie bei diesem diagonalen Call Spread, also bei der Furman's Covered Call Strategie. Und wir haben hier zwei gekaufte Calls tiefer im Geld um Delta 75 und eine verkaufte Call auf also Delta 50 am Geld. So und jetzt, wie komme ich denn dann jetzt auf ein Delta 100? Ja, ganz einfach, ich summiere die Deltas von den Long Calls, sind wir bei 2 mal 75, bei 150 und ziehe das Delta der verkauften Call ab, eben gesagt bei 50 und dann habe ich ein Delta 100. Und dann profitiere ich wirklich eins zu eins vom Upside. So und jetzt kommt noch was, was wirklich schön ist. Viele lieben ja Hedging, die sagen ja, ich mache immer was ohne Risiko, Hedging, bla 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 bla. Und dann redet man auch vom Delta Hedging, was ja die Market Maker machen können. Delta Hedging heißt ja, dass ich immer versuche, schlussendlich von Marktbewegung keinen Nachteil zu haben. Ja, und da muss man natürlich immer gucken, wie ist das Delta in Summe. Das Problem ist natürlich, wir haben in unseren Optionen ein dynamisches Delta. Heißt, wenn sich der Kurs bewegt, dann wird sich auch das Delta der Optionen verändern. Und dann versucht jetzt der Market Maker natürlich immer wieder Positionen zu verkaufen, zu kaufen, um schlussendlich Delta gehedged zu haben. Das können wir nicht, weil wir keine Maschine sind und nicht auch jede Sekunde hier auf unser Delta gucken können. Aber dieses dynamische Delta, was viele als Nachteil bei Optionen sehen, weil wir ja keine Maschinerie sind, die das jetzt sozusagen die ganze Zeit fokussieren können, haben wir hier bei der Sebra-Strategie nämlich den Vorteil, wenn der Kurs fällt, dann fällt auch das Delta. Dann sind wir nicht mehr bei 100 Delta, dann sind wir bei einem Delta niedriger. Und was haben wir eben gelernt beim Delta? Bedeutet, wie viel wir vom Kurs partizipieren. Heißt, wenn der Kurs fällt, haben wir auf gut Deutsch ein weniger hohes Delta und partizipieren noch weniger viel als beispielsweise bei einem Delta 100. Und das ist wirklich das Schöne, dass wir auf der einen Seite nach oben eins zu eins partizipieren und auf der anderen Seite nach unten eben nicht. Und der Vorteil, den die Poorman's Covered Call Strategie hat, dieses viel kleinere Investment, ist natürlich auch hier der Fall. Wir haben eine viel weniger hohe Investition zu Beginn als mit den Aktien. Und deshalb, ich sage es ganz offen, wenn die Wohler niedrig ist, wenn ich einen bullischen Markt habe, also wirklich eine Aufwärtsrichtung erkenne, also einen intakten Trend und ich jetzt auch kein Dividendenjäger bin, dann gibt es für mich wenig bis keine Argumente gegen diese Zebra-Strategie. Natürlich auch, wie eben du erwähnt hast bei der Poorman's Covered Call Strategie, wenn Long Call negativ geht, geht das an die 20-Gar-Verlustverrechnung. Deshalb ist es natürlich wichtig, dass man das Marktumfeld, ist egal, ob es jetzt Poorman's Covered Call oder Zebra-Strategie ist, sich anschaut, um dieses Risiko, dass man verlustig mit den Long Calls wird, zu begrenzen. Aber ansonsten sind für mich in der Zeit, in der wir jetzt sind, wir haben jetzt den 15.03., ist das für mich etwas, was ich machen würde, sowohl Poorman's Covered Call als auch die Zebra-Strategie. Ja, Wahnsinn, auch wenn es mit dem Zoobesuch nichts geworden ist, danke erstmal für die Aufklärung, was eigentlich Zebra in dem Zusammenhang tatsächlich heißt. Ja, sehr interessante Ausführungen, Thorsten, vielen Dank dafür. Ich kannte die noch nicht so genau, die Zebra-Strategie, deswegen lerne ich im eigenen Format immer noch wieder dazu. Ich weiß nicht, gibt es eigentlich noch weitere Aktienersatzstrategien, die wir jetzt heute nicht besprochen haben und auch nicht besprechen werden, aber gäbe es da noch was, was man da on top setzen könnte? Ja, man kann natürlich auch, die kennst du wahrscheinlich auch, das ist ja sozusagen dann Covered Call mit Absicherung, die Caller-Strategie. Ja, das heißt, dann kauft man auch nach unten eine Put-Option, falls man doch ein bisschen Angst hat, dass das Kurspotenzial nach unten zu groß ist. Und das Gleiche kannst du natürlich auch für den Poorman's Covered Call machen. Ja, das heißt, dann kaufst du noch eine Put-Option dazu und sicherst dich ab. Oder wie wir es zum Beispiel bei der Zebra-Strategie machen, da können wir natürlich das auch noch erweitern. Wir verkaufen nämlich oben noch eine kürzer laufende Call und finanzieren auf der Unterseite noch einen Bare-Put. Also wir haben als Optionshändler so viele Möglichkeiten, Aktien wirklich zu ersetzen. Ja, immer wieder landet man bei diesem Fakt, dass der Optionshandel tatsächlich sehr, sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten hergibt. Und deswegen ist das ja auch so interessant für uns. Thorsten, ich würde sagen, damit haben wir auf jeden Fall zwei interessante Aktienersatzstrategien heute besprochen. Poorman's Covered Call und die Zebra-Strategie. Wenn es dazu Fragen oder Anmerkungen gibt, können die lieben Zuhörer das natürlich gerne auch dann nochmal thematisieren. Am 7. April um 18 Uhr im Livestream sind wir offen für Feedback, für Fragen, versuchen Antworten auf die Fragen zu geben und hören uns auch gerne an, was ihr in der nächsten Staffel der Optionssprechstunde an Themen von uns behandelt haben wollt. In diesem Sinne, wie sagst du immer so schön zum Abschluss, Thorsten? Happy Trades, bye bye. Und auch von mir, tschüss, bis zum nächsten Mal, bis zum 7. April hoffentlich. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Optionssprechstunde. Alles, was du wissen musst über Börse, Aktien und vor allem über den Optionshandel. Mehr Infos findest du unter freakyfinance.net und optionsforwinners.de